mit auge mit viel routine tolle parade 80 lang und der war nicht so einfach war ein guter waldschmidt tor da ist es das ist die frühe führung in dieser partie waldschmidt gefährlich der stahl pass schöner versuch er steht gut er hat den ball macht sich lang war wieder so eine parade die sebastian aller ball bei malen mit diesem treffer ist wieder drin in diesem spiel ausgleich dort wechselt und und Untertitelung des ZDF, 2020